Ich bin nach Berlin gekommen für eine Stelle in einer Firma, die wissenschaftliche Geräte stellt. Meine Ausbildung ist als Chemiker und ich war sehr froh, dass sie mir eine Stelle angeboten haben, damals in 2001 und mein Arbeitsvertrag wurde immer wieder verlängert, bis ich mich entschieden habe, einfach hier zu bleiben in Deutschland. Die Arbeit, was ich tue, gefällt mir sehr, aber auch das Leben in Berlin ist wunderschön. Als Kind haben wir auch in Vietnam gelebt und auch Teil bekommen von der Folge, von dem Krieg. Das war auch nicht so leicht und ich denke, da wurscht das Programm Making in Germany. Das ist auch für die Kinder eine gute Zukunft. Ich bin in Deutschland seit September 2020. Ich arbeite als Wegekraft. Es war sehr schwer am Anfang. Ich musste auch meine Familie im Ausland verlassen. Aber ich bin glücklich, weil ich hier bin. Zuwanderung ist ein großer Teil unserer Erfolgsgeschichte. Wir rekrutieren mittlerweile seit elf Jahren Fachkräfte, haben angefangen in Europa und mittlerweile rekrutieren wir auch weltweit. Für uns als Unternehmen sind die internationalen Fachkräfte eine wichtige Säule, die uns einfach auch gewährleisten, dass wir zukünftig qualitative Arbeit anbieten können. Ich würde anderen Unternehmen auf jeden Fall das Portal von Make it in Germany und die Leistung empfehlen, weil für mich ist es einfach eine Unterstützung, die man in dem Prozess gut gebrauchen kann. Unsere Organisation unterstützt das Portal von Make it in Germany, was die individuelle Beratungsmöglichkeit betrifft. Es ist wichtig, dass ausländische Fachkräfte sich informieren können, weil eben so eine Auswanderung gut vorbereitet sein will. Und ich denke, Make it in Germany bietet eine großartige Möglichkeit, dass man sich informieren kann. Wir brauchen Sie. Es gibt viel Arbeit, die in vielen Städten haben. Und wir lieben Menschen mit verschiedenen Spezialitäten, die leben und arbeiten in unserem Land. Wir als Hotline arbeiten und leben in Deutschland. Als Partner von Make it in Germany bieten ankommenden Fachkräften die erste Kontaktmöglichkeit, damit sie gut ankommen und damit sie sich dann auch hier sofort wohlfühlen können. Wir brauchen für unsere anstehenden Bauaufgaben in Deutschland dringend geeignetes Personal. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass Herr Mujkic über das Programm zu uns gekommen ist und wir hoffen, dass er noch lange bei uns bleibt. Wenn man rückblickend zehn Jahre ist auch eine lange Zeit. Die Tochter hat jetzt gerade Abitur gehabt, wird demnächst auch an eine Universität einschreiben. Ich würde sagen, dass die Zeit, die ich hier in Deutschland verbracht habe, für mich persönlich war ein Erfolg. Meine Perspektive hat sich so entwickelt, dass ich es nicht so hätte, wenn ich in den USA geblieben hätte. Und dafür bin ich sehr glücklich. Unsere Belegschaft wird zudem bunter. Wir haben einen Mix an verschiedensten Persönlichkeiten mit verschiedensten Hintergründen. Die Herausforderung wird sein, diese ganze Mannschaft darauf zu trimmen, zusammenzuarbeiten. Und ich kann das Programm nur begrüßen, weil es uns einfach unterstützt und in Zukunft bringt. Und wir können das Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020